Night of the Consumers ist... Oh Gott. Ja. Ein bisschen gepackt. Ich bin mal gespannt. Seid gespannt. Wie das hier weitergeht. Meine Maus funktioniert nämlich gar... Ja, hau ab, Chef. Chef, meine Maus geht nicht. Chef, meine Maus geht nicht. Oh Gott, meine Maus geht wirklich nicht. Oida. Meine Maus geht echt nicht. Alter. Ja, no. Ja, genau. Auf die Oma. Was macht Fatality, hey? Ach ja, der Jimmy. Der gute alte Jimmy, der sich gleich begeben muss. Ja. Ja, gute Ali, Jimmy. Ja, und die Maus will halt wirklich nicht. Die Maus will halt wirklich nicht. Wow. Also das wird ein sehr, sehr verpacktes Night of the Consumers. Ja, ich weiß, was du mir sagen willst. Ich weiß. Also, ich weiß nicht, ob jemand anderes überhaupt da Probleme damit hat. Nur, dass halt die Maus nicht geht. Das ist... Wow. Gibt es nicht irgendeine andere Taste, die die Maus ein bisschen imitiert? Oh, da haben wir einen Survival Guide. Throw a Box? Genau. Ja, da... Genau. Staff Rooms only, dass wir da heiden können. Throw a Box, it stuns them! Oh, weh. Beware the baby. Ah, na, jetzt! Oh, weh. Here we go! Here we go! Wo sind die? Egal. Food! Mir wurscht, wo die ganzen Lights sind. Wo ist Food? Food, Food, Food. Da ist Food. There is Food. Oh Gott. Ich hab... Keine Ahnung. Ah. Alter, das ist so verpackt. Was du kannst... Oh Gott, das ist... Das ist... Ich hab noch nie so verpacktes Spiel gehabt. Ich kann die Box... Okay, ich reise Throne. Aber muss ich nicht... Oh. Da sind die ganzen Kunden, die rein wollen. Die... Ich... Muss ich nicht vorher noch was anders machen, dass ich überhaupt... Alter. Und ich musste die Grafikentscheidung runterfahren, weil... wir es uns nicht sehen können. Oh, was haben wir hier? Okay. Okay. Klau-Papier... Äh, Küchenpapier. Okay. Irgendwas hab ich's Gefühl, ich muss noch was anderes... hier tun. Oder? Da ist der Manager. Kann ich einfach wieder gehen? Was muss ich gleich mal machen? Weil... Es funktioniert... Es funktioniert... Also... Ich... Habe... Keine Ahnung. Es ist alles verpackt, irgendwie. Aber ich glaub, die kommen dann... Ja, das darf auch nicht... Hier kann ich mich verstecken. Was haben wir hier? Videogame. 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 Das letzte Update war... Also, was heißt das letzte Update? Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war es noch nicht so verpackt. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile so ein bisschen. Ich kann Sachen gut wagen. Das ist meine Spezialität. Da, Videogames. Wow. Also, schauen wir mal, ob wir da irgendwas machen können. Äh... Weißt du, ich kann schon so machen. Aber... Ich... Es funktioniert halt nicht. Aha. Da ist ja alles auf Null gewesen. Da war kein Ton, kein gar nichts. Da, ich kann halt Null machen. Ich... Also, von den Tasten funktioniert gar nichts. Also, das wird jetzt spannend, wie ich... Ich kann es nicht einräumen. Ich kann es wegschmeißen. Lade freaky da. Ich könnte es theoretisch nochmal neu starten. Aber ich hab irgendwie... Was ist das? Es glitscht ja alles durch. Was für eine Version habe ich runtergeladen von dem Spiel? Ja, der Tast ist dingerig. Ich... Warte mal. Ne, ne. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal legit. Ansonsten muss ich die Grafik noch weiter runterfahren. Weil ich hab das Gefühl, selbst auf High Graphics spendet das. So, jetzt geht das. So. Ja, ja, hey. Hey, 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 hey. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab. So. Jetzt funktioniert es so nicht mit der Maus. Das ist... Okay. Lol. Das geht jetzt. Okay. Vielleicht haben wir Glück und das Ganze funktioniert. Jetzt. Da ist Jimmy. Okay, das ist Customers. Ja, ja. Endless amount of sick. Ich weiß, ich weiß. Ich muss immer ein bisschen durchlesen, was er gesagt hat. Empty shelves. Ja, ja. Aber sonst... Ja, ja. Hier ist die Tipps. Tschüss. Hau ab. Oh, Leute. Meine Hände sind einfach in der Luft. Wow. Das ist das verpacksteste Update überhaupt. Ja, ja. Jetzt haben wir hier das. Genau. Space. Stock shelves with box and hands. Und mit AD kann ich praktisch über die Schulter schauen, was nicht geht. Da ist auch kein Timer gewesen. Aber was war da? If you get a car, take them to where I want to go. Ja, ja. Beware the baby. So. Also wir haben das. Ich kann hier nicht rein. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. So. Wir sind wieder hier, wo wir vorher waren. Und wir probieren das jetzt nochmal. Cleaning. Also entweder ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch. Ach, lol. Da ist nicht. Da gibt es. Ach, gibt es Homecleaning? Und Cleaning? Braucht ihr nicht. Was haben wir hier? Halloween. Da gab es tatsächlich eine. Werte. Also eine Rubrik hier. Ja, ja. Da sind die wütenden. Light. Von height. Videogames. Kitchen. Ah. Halloween. So. Again. Es funktioniert. Ach. Weißt. Ich kann die Sachen schon nehmen. Aber ich kann es. Egal was ich mache. Ich kann die Dinger nicht rein tun. Und das nervt mich gerade unglaublich. Ja. Ich kann es nicht rein tun. Weg. Zum schönen Zeug. Kann hier irgendwas tun? Kann pausieren. Ich weiß nicht, ob es an der Grafikeinstellung liegt. Ich weiß nicht, an was es liegt. Hi. Jetzt wieder ein Light. Halt nicht. Ich kriege das nicht mehr nicht hin. Lass mal meine Rühe. Mock das nicht. Weißt du? Da sieht creepy aus. Weil normalerweise kannst du mit der Hand dann in die Kiste gehen. Das Sach raustun. Und in die Regale rein. Aber das Ganze funktioniert einfach nicht. Wow. Ich kann es schmeißen, wie ich will. Und ich kann hier durch den Laden rennen, wie ich will. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal aus. Einmal probiere es aus. Wo sind die Bläden Videospiele? Da. So. Space. Es geht halt nicht. Ich kann es nicht reintun. Ne. Siehs. Egal was ich mache. Es. Das funktioniert nicht. Mock das nicht. Folgendes. Ich lasse erst mal gut sein. Ich schaue mal aufgeregt, ob ich das irgendwie hinkriege. Das ist gerade bei mir extrem verbuggt. Aber mal schauen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.